Okay, nächstes Level. Ja, hier werden wir direkt begrüßt. Finde ich gut. Au! Okay, warte, finde ich doch nicht so gut. Wir werden echt ganz schön heftig begrüßt direkt. Ah! Okay. Ich verstehe es schon, ich verstehe es schon. Ich habe es ja begriffen, ihr wollt mich hier nicht. Dann lasst mich doch einfach gehen, wie wäre es damit? Ich töte euch. Mein Geduldsfaden ist gerissen mit euch. Es kann einfach so nicht weitergehen. Kommen friedliebende Leute wie ich mit einem Raketenwerfer hier rein und wollen nichts weiter als einfach nur Passage. Ihr ballert auf mich. Puh. Okay. Irgendjemand hat noch von hinten auf mich ge... Du. Du warst das. Okay. Ähm... Die Plattform, die sich da bewegt. Oh, ist hier ein Raketenwerfer noch, aber... Gut, das ist für Pistolstart dann. Und hier wäre dann auch noch eine Supershotgun. Also ich glaube mal, dass es eine Supershotgun ist. Ich kenne die Sprites hier noch nicht so gut. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Supershotgun... Ach je, da ist ja... Au. Ich möchte ganz kurz anmerken... Ich habe wenig HP. Ich habe sehr wenig HP und die fliegen auf mich zu schnell. Okay. Ich wäre dann jetzt mal für so ein Berserker-Pack oder so. Ein Stim-Pack eingesammelt, ja gut. Das ist halt auch nur so ein kleines Pflaster, ne? Das kann man kaum Heilung nennen. Oh, ich dachte, das wäre irgendwie ein neuer Teleporter, aber es war nur der Anfang. Ach, hier liegen ja sogar Medikits. Ja gut, ja gut, das... Wusste ich nicht. Dann muss ich jetzt schauen, wo der Schalter irgendwas bewirkt hat. Da. Da. Ach, komm. Noch mehr von den Dingern. Ich bin echt am Überlegen einfach. Aber nee, komm. Wir haben so viel Munition in den anderen Waffen. Das ist super riskant, was ich mache. Na gut. Na gut. Das ist ja ein richtiges Slaughterfest hier. Aber ich glaube, die Pain Elementals sind alle tot. Okay. Perfekt. Ja, dann kommen wir halt hier raus. Oh, hat der noch mehr AP als gedacht? Nach fünf Raketen? Vielleicht hat er eine nicht so gut getroffen. Okay, diese Map war jetzt halt eigentlich echt einfach nur so ein einziges Gemäze. Aber... Schauen wir mal. Alle Kills. Alle Gegenstände. Alle Secrets. Wahrscheinlich gab es einfach keine. Ja gut. Okay. Dann sieht man sich beim nächsten Level wieder. Bis dann. Ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.